Hallo zusammen, ich bin Mary, ein Mitglied der Galaktischen Gesellschaft der Geschöpf-Enthusiasten. Ich studiere das Verhalten von Younglings aus allen Teilen der Galaxie. Mein Freund Ari hat mich gebeten, euch zu zeigen, wie man sich um die galaktischen Freunde kümmert. Mit etwas Spielen vertreibt man den Kleinen immer die schlechte Laune. Nein, nicht anknabbern. Atme ein und aus. Oh, der kleine Ewok hat seinen ersten Tag in dem Younglings-Space-Kindergarten. Also sollte er sich wohlfühlen. Die Gungens lernen schwimmen, bevor sie laufen können. Wie ihr sehen könnt, ist das Bet-G-Ritual äußerst wichtig für ein kleines Pingeliges Hut. Oh, das habt ihr aber toll gemacht. Und jetzt ab mit dir. Oh. 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 Oh.